Für mich war das spannendste Ereignis, mit Matrix zu arbeiten, einfach die Energiewelle, die empfinde ich als total stark. Die ist einfach umwerfend, die wirft mich um. Ja, und es ist einfach unglaublich. Die Transformation, die dadurch ausgelöst wird, ist einfach sehr intensiv, sehr stark. Ich merke es einfach an den Reaktionen, wenn es stark ist, also zum Beispiel, wenn ein starkes Lachen einfach ausgelöst wird. Die Methode zu lernen war sehr einfach für mich. Es war leicht. Spannend. Ich komme sehr gerne, bin ja auch schon ein paar Mal hier. Und ja, ich finde sie toll. Ja, ich denke, es ist einfach die Erfahrung. Man muss es einfach erfahren. Ich kann zwei Stunden reden, wie es war, aber die Erfahrung, das braucht man zu erfahren. Und ja, ich weiß, was ich nicht. Und ja, ich bin ein Kind. Ich weiß. Ich kann mir nicht. Und ja, ich bin ein Mit-Main. Ich kann mir nicht. Vielen Dank.